Willkommen liebe Gäste. Für die kalte Jahreszeit kannst du unseren Pelletofen benutzen. Das Modell ist ein Automatikofen. Er lässt sich ab 6 Uhr morgens starten. Drücke hierfür 3 bis 4 Sekunden lang auf das Flammensymbol. Das Display wechselt von Aus auf Zünden. Stelle die Temperatur ein, indem du diese per Pfeil ansteuerst. Danach kannst du die Maximaltemperatur einstellen und regulieren. Voreingestellt im Winter ist 23 Grad. Drücke Enter, um zu bestätigen. Neben der Küche findest du einen stets aufgefüllten Pelletsvorrat sowie Werkzeuge und einen Aschesauger zum Reinigen des Ofens. Gerade bei längeren Aufenthalten muss der Ofen hin und wieder gereinigt werden. Kontrolliere am besten morgens vor dem Frühstück, ob genügend Pellets im Ofen sind. Hierfür einfach die Klappe öffnen und bis oben hin auffüllen. Eine Ladung reicht für ca. einen Tag, je nach Nutzung. Sollte der Ofen ausgehen und die Aschelschublade voll sein, zeigt dir der Ofen dies im Display an. Nutze das Ofenwerkzeug und den Sauger zum Reinigen der Schublade und des Feuerkorbs. Beim Feuerkorb darf nichts verstopfen. Bitte sauge nur dann, wenn die Asche vollständig abgekühlt ist. Sollten Probleme auftreten oder der Ofen nicht richtig angehen, nutze in der Zeit bis Hilfe eintrifft die Steuerung im Wohnzimmer. Das Display startet die Wandheizung. Bitte nutze sie nur im Notfall als Überbrückung und kontaktiere direkt Dein Gastgeber. Das Display startet die Wandheizung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.